Kramp? Ja? Also, jetzt zu Bettel, würde ich krampen. Ich meine, kramp ist ein krampster Krawall. Schön, lecker, 60,3. Okay, wir fangen an. Handeln, die sich mit mir zu drehen. Ich zeig das nicht, das ist, das was mir bekannt. Ich nehme das mit einem Angriff. Ich nehme die K etti, das hat mir dann wie es nicht immer angeht. Ich nehme die Knie, was ich, ich habe geplant. Ich nehme die Knie im Schraub. Wenn der Knie es hier hin, dann kann man das nicht hin. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.